Was mich dann begeistert hat, ist die Suave von Monte Foscarino, ihren besten Suave. Da haben sie jetzt einen Stil eingeschlagen, der sehr mineralisch, burgundisch, modern ist. Und mir hat eben das eigentlich gefallen, die Abgerundetheit und eine gewisse Üppigkeit der lokalen Trubensorten. Und sie haben sich bereit erklärt, eine Spezialfüllung für uns zu machen, die eigentlich die Abgerundetheit und Mineralität schön miteinander verbindet. Also ich bin begeistert von diesem Foscarino. Das ist sicher etwas vom besten an Visvi, das man aus Italien haben kann. Er verbindet eine gewisse Fülle mit einer sehr schönen Frischen. Also ein toller Visvi zu immer noch einem absolut akzeptablen Preis. Köstlich, wunderbar. Sollten Sie probieren.